Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem wir einige neue Make-Up-Produkte austesten. Eigentlich ist fast alles aus der Drogerie, einige Sachen nicht, aber die sind eher nur so ein bisschen gimmick. Ich bin super glücklich, ich bin super gespannt, wie die Produkte performen und ich hoffe, dass ihr Lust auf ein neues Video mit moi habt. Ich hoffe, es geht euch gut und falls es nicht so ist, hoffe ich, dass ich euch mit diesem Video ein bisschen Ablenkung geben kann. Ein kleiner Teaser am Anfang des Videos. Einmal könnt ihr ein BH Cosmetics Pinsel Set gewinnen, nein, zwei BH Cosmetics Pinsel Sets gewinnen und wenn ihr jetzt mal zu Instagram geht, dann habt ihr heute noch gesehen, was eventuell bald auf euch zukommt. Denn wenn ihr das Video seht, wenn ich mit Danny gerade in Greifswald und wir arbeiten an einer sehr, sehr großen Projekteinheit für meine Eigenmarke, also schaut unbedingt bei Instagram vorbei, dann findet ihr das. Wie immer in diesem Video gibt es ein Secret Emoji im Video versteckt und wenn ihr das findet, schreibt es gerne in die Kommentare und wie ich euch kontaktieren kann und dann kontaktiere ich die Gewinnerin oder den Gewinner privat per E-Mail, Instagram, wie auch immer. Ja, Freunde, ich sehe aus wie, weiß ich nicht. Warum ist es eigentlich so nah? Das ist halt Kacke, ne? Mit den, seht ihr da, diese Streifen hier, das mag ich nicht. Deswegen, stört euch das, schreibt es mir mal rein, ob euch diese Streifen stören. Mich stört es persönlich tatsächlich sehr, aber so seid ihr ein Stückchen weiter weg. Freunde, wir haben einige coole neue Produkte aus der Drogerie aus limitierten Edition und BH Cosmetics. Was ihr gewinnen könnt, ist einmal dieses Remix Pinsel Set. Da sind 10 Pinsel drin für Gesicht und Augen. Das Set gehört nämlich hier zu der neuen BH Cosmetics Palettenkollektion für die 80er, 90er und 0er 2000er Jahre. Da werden wir heute auch eine testen. Ich habe einen richtig schönen Look im Kopf und ich hoffe, dass der genauso schön wird. Ansonsten gibt es noch aus der Birthstone-Reihe. BH Cosmetics bringt ja aktuell jeden Monat eine kleine Palette raus mit einem Stein, mit dem Geburtsstein, Monatsstein. Und dazu gibt es ein passendes Pinsel Set. Es sieht auch super, super schön aus. Ich habe sehr viele Pinsel hier von BH Cosmetics, deswegen gebe ich das gerne an euch weiter. Also sucht das Secret Emoji. Dann haben wir eine neue limitierte Edition von Catrice. Und ich kann euch nicht die ganze Kollektion zeigen, weil ich ein Video für den Catrice-Kanal gedreht habe. Das geht, glaube ich, am 12. Mai online. So ein, zwei Produkte möchte ich aber auf jeden Fall mit euch heute schon benutzen. Und damit fangen wir auch an. Denn es gibt einen neuen Primer. Und das ist der Pore Perfecting Primer. Vegan aus der Clean-ID-Reihe. Es gibt eine komplette, limitierte Edition dazu. Gibt es, glaube ich, auch schon bei DM online. Ist ein sehr, sehr schöner Primer. Ich habe ihn schon getestet. Ich mag den sehr, sehr gerne. Der ist so ein bisschen weichzeichnend, aber ohne, dass er die Poren verstopft. Da ist nämlich kein Silikon mit drin. Und das sorgt ja dafür, dass man schnell so Unterlagerungen hier in dem Porenbereich bekommt. Ich habe das oft hier, da wo mein Bart ist. Deswegen bin ich ganz froh. Und der mattiert halt gleich. Also man kann ihn auch so tragen. Ich möchte aber weitermachen natürlich. Freunde, ihr kennt mich. Und zwar benutze ich im Moment echt, echt super, super gerne die Foundation von Trini London. Ich habe sie jetzt in den letzten Tagen täglich getragen. Ich mische mir da einen Pumpstoß von der Nabla mit rein für ein bisschen mehr Deckkraft. Und dann werdet ihr gleich sehen, warum ich die so schön finde. Die sitzt super gut auf der Haut. Hat eine leichte Deckkraft. Und ist jetzt nicht neu. Es gibt keine neue Drogerie-Foundation. Deswegen benutze ich jetzt einfach die. Und ihr mögt es ja immer ganz gerne, wenn ich euch einfach noch ein paar Foundations nochmal zeige, die ich in den Videos benutzt habe. Und das mache ich heute ganz gerne. Also ihr seht schon, ich liebe diese beiden Produkte. Und ich zeige euch auch wirklich immer nur Sachen, wenn es eine Kooperation ist oder ich ein Produkt wirklich lange teste, wenn ich sie wirklich gerne mag. Durch den Primer ist das Ganze natürlich so ein bisschen mattierter. Also wenn euch das sonst beim letzten Video mit der Nabla oder der Trini Foundation zu glowy war, mit dem Catrice Primer, mit dem neuen, ist es eine super gute Sache. Und ihr habt ein schönes, natürliches Ergebnis. Schaut mal, die Base sieht super schön frisch aus. Ich mache die Base mal fertig und dann kommen wir zu den Neuheiten. Während ich unter meinen Augen noch so ein kleines bisschen bacon lasse, möchte ich euch doch noch ein neues Produkt aus der neuen Clean-ID-Reihe zeigen, was wirklich super, super cool ist. Und zwar gibt es einen neuen Bronzer und der ist riesengroß. Ich liebe den. Es gibt den in zwei verschiedenen Farben. Einmal in Medium und einmal in Light. Ich glaube, dass Light sogar für mich ausreicht. Deswegen benutzen wir den. Und es gibt einen passenden Pinsel dazu. Der ist super hochwertig. Also da war ich wirklich, normalerweise sind Drogerie-Pinsel ja immer so ein bisschen, naja, man merkt schon, dass sie günstig sind. Aber der kostet 4,99 Euro und der fühlt sich an wie teuer. Das Schöne bei dieser Clean-ID-Reihe ist, dass da kein Mikroplastik, keine Silikone, keine Mineralöle, keine PEGs, keine Acrylik-Polymere, keine Parabene und kein exotisches Sourcing von Palmöl. Also Catrice achtet darauf, dass wenn Palmöl in den Produkten verarbeitet wird, es so angebaut wird, dass es der Umwelt nicht zusätzlich schadet. Schaut mal, wie schön dieser Bronzer auf der Haut gleitet. Und auch der Pinsel ist wirklich super, super gut. Ich liebe den. Mit dem Pinsel kann ich auch gleich hier das Puder so ein bisschen wegmachen. Und ich sehe aus, als wäre ich aus dem Urlaub gekommen. Als Blush benutzen wir auch einen aus der Drogerie. Den kennt ihr schon, aber ich liebe den. Und deswegen zeige ich ihn euch nochmal. Und deswegen benutzen wir den andauernd. Das ist der Cheek Lover Blush von Catrice. Der ist so wunderschön. I stand. I love it. Willkommen zu den Lidschattenpaletten, Freunde. Und die zeige ich euch. Und zwar haben wir hier einmal die 90s Palette. Die ist ein bisschen bunt. Sieht einmal so aus. Aber wir haben auch immer wieder schöne matte Töne zum Arbeiten für den Alltag beispielsweise. Also die sind eher so Richtung Pastell. Sieht super, super cool aus. Auch das Packaging gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir die 80s Palette. Die ist auch extrem bunt. Und da sind natürlich keine wirklichen Alltagsfarben mit drin. Also so braun und so. Das fehlt hier. Aber ihr habt hier zum Beispiel die Farbe Lip Sealed und Thriller. Die kann man gut für den Alltag tragen. Aber und jetzt die schönste Palette wirklich, die ich seit langem gesehen habe. Die hätte auch ich machen können. Ich liebe, liebe, liebe diese Farben. Und die werden wir heute benutzen. Übrigens, falls ihr es noch nicht wusstet oder es vielleicht vergessen habt, mit dem Code Maxim10 könnt ihr immer, immer auf alles bei BH Cosmetics 10% online sparen. Schaut da gerne vorbei. Ich setze euch den Link einmal unten rein. Pinselset sind reduziert. Selbst auf reduzierte Artikel gilt dieser Code. Und ihr spart einfach nochmal 10%. Ja. Kann man ja auch mal machen. Ich hole euch ein Stückchen heran und dann geht's los. Und wir starten. Ich wollte eigentlich eher so die braunen Töne benutzen, aber ich glaube, das machen wir nicht. Wir machen heute einen cool-toned Look. Und dafür gehe ich als allererstes mit einem fluffigen Pinsel in die Farbe Hollerbeck. Übrigens, die Namen sind alle so benannt wie Titel aus den 2000ern. Wir haben Sexy Back, wir haben Poker Face, Crazy in Love, Twerk. Die gebe ich mir erstmal so als Transition Shade hier in die Liedfalter. Mit einem fluffigen Blendepinsel. Einfach um das Lied so ein bisschen vorzubereiten und die Crease neu zu schattieren. Ich habe jetzt da auch keinen Spiegel mehr drin. Also bei BH ist ja mittlerweile so, dass sie, glaube ich, die Spiegel komplett rausgenommen haben. Alles vegan und cruelty-free. Ist nicht schlecht. Wartet ab, Freunde. Wir brauchen keinen Spiegel mehr in den Paletten. Jetzt kann ich es euch auch mal sagen. Ich kriege halt unter den Videos immer, wenn ihr den Spiegel seht, immer eine Nachricht. Hey, wo kann man denn einen Spiegel kaufen? Freunde, bald. Also ich zeige euch natürlich nichts, um euch zu ärgern, sondern ich habe es halt schon da und es geht bald los. Also haltet Ausschau, abonniert den Kanal. Bald ist der Launch und dann sind es natürlich nicht nur die Spiegel. Okay, Lied ist einmal vorbereitet. Die Farbe ist sehr nah an meiner Hautfarbe. Ich könnte damit auch gut meine Nase konturieren oder Bronzer auftragen. Deswegen nehme ich jetzt den Pinsel und wir gehen in die Farbe Crazy in Love. Einfach um das Lied, um das hier oben nochmal so ein bisschen rosa Farben dahin zu kriegen. Das ist immer ganz schön, um schon mal so einen kleinen Farbtupfer zu haben. Die ist recht hell, die Farbe, aber gut pigmentiert. Also das ist wie so ein Pastellton, reicht aber aus für das, was ich jetzt hier vorhabe. Seht ihr das? Das ist wirklich nur so ein Hauch Farbe, der aber ganz gut ausreicht. Ich nehme nämlich jetzt einen kleinen Pinsel und gehe in die Farbe Don'tcha rein. Das ist hier dieses richtig coole Petrolila oder intensive Lila. Und das setze ich mir schon mal hier in die Liedfalter. Einfach nur, um es dort platziert zu haben. Damit kann man jetzt nicht so gut ausblenden. Darum soll es jetzt aber auch nicht gehen, sondern das ist wirklich nur, um es präzise hinzusetzen. Und dann können wir das gleich ausblenden. So, und wir können mit dem Pinsel von eben hier einfach jetzt reingehen und die Farbe ausblenden. Und dadurch, dass wir mit der helleren Farbe oben schon rübergegangen sind, haben wir jetzt nicht das Problem, dass die Farbe so abrupt abläuft und abendet. Sondern es ist ein schöner, weicher Blend. Farben sind sehr pigmentiert und lassen sich aber auch extrem gut ausblenden. Aber reviewen muss man BH Cosmetics heute eigentlich nicht mehr. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine schlechte Palette von BH Cosmetics hatte. Keine Ahnung. I love it. Wow. Ich nehme den Pinsel von eben und gehe jetzt in die Farbe Mirkshake. Das ist ein dunkles Blau. Und damit sind wir jetzt sehr präzise, weil das ist jetzt die dunkelste Farbe. Ich nehme den Pinsel, halte ihn von oben nach unten und gehe damit in die Crease und schaue nach oben. Dann bleibe ich direkt in der Crease und kann dann nach oben verblenden. Schaut mal. Zack, da ist die Crease. Stempeln. Hoch in die Crease rein. Nach unten gucken. Und ihr seid direkt hier drin. Gehe jetzt ganz leicht mit dem Pinsel hier rein und kann dann hier nochmal rüber gehen und ein bisschen mehr Farbe aufbauen, um es auszublenden. Ich will was anderes benutzen jetzt, bevor wir die Schimmerfarben hier raus benutzen. Und zwar hat Lethal Cosmetics diese Liquid Eyeshadows rausgebracht. Einmal in der Farbe Gateway. Auch super schön. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und das ist so ein Duo-Chrome-Ton. Der würde auch gut dazu passen. Ich nehme jetzt erstmal die hellere Farbe hier. Ich nehme hier so ein bisschen sauber. Und jetzt ziehe ich mir damit hier vorne. Oh wow. Wir nehmen die blaue Farbe. Nach unten gucken. Und dann diesen Duo-Chrome-Ton hier außen. Oh wow. Und dann nehme ich mir meinen Pinsel von eben, diesen kleinen, und blende das hier einfach so ein bisschen aus, dass die Übergänge schön weich sind. Nicht abstempeln. Es dauert immer einen Moment, bis es trocknet. Aber schaut euch bitte diesen coolen Effekt an. Wow. Ich habe mir noch einmal schnell Lashes aufgeklebt. Und wir probieren das jetzt hier einfach mal auf den Lippen aus. Macht es nicht nach. Keine Empfehlung, aber. Und das ist der Look mit den neuen Produkten aus der Drogerie, beziehungsweise von Liefel Cosmetics. Was sagt ihr? Ist eine Menge. Oder? Aber ich muss sagen, ich liebe, liebe, liebe diesen Vibe. Es ist einfach mal was anderes. So ein bisschen Cruella de Vil. Der Wimpernkleber versagt, wie immer bei mir. Aber ich liebe die Lashers. Die sind so schön. Freunde, was sagt ihr? Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Schreibt mir gerne etwas in die Kommentare. Vielleicht habt ihr es Emoji ja gefunden. Ich bedanke mich bei euch und würde vorschlagen, wir sehen uns bei einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.